Jörg, schönen guten Morgen! Dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen hier. Hallo Saskia, moin moin! Dirk, moin! Moin Markus! So, nicht wundern. Ich mache gerade mal schnell die Linse ein bisschen sauber. Ja, das ist schon viel besser. Und Danni ist auch dabei. Perfekt. Das heißt, wenn die Danni da ist, dann können wir anfangen. Schönen guten Morgen alle zusammen. Jetzt seht ihr mich auch. So, auch heute wieder nicht viel Gequatsche. Wir legen gleich los zum Programm. Ich mache vier Runden Boxcardio. Dann kommt Thorsten nochmal mit vier Runden Beinarbeit, Workout. Und dann ist auch schon Schluss für heute. So, wir starten. Jeder immer eine Übung im Wechsel. Bei mir geht es erstmal los mit ein bisschen Mobilisation. Das heißt, wir machen mit dem linken Bein Ausfallschritt nach vorn. Und dann geht es in den Spiderman Stretch. Linker Ellenbogen zum linken Knöchel aufziehen. Wir legen das Ganze nochmal dreimal pro Seite. Zwei. Drei. Wechsel. Eins. Zwei. Drei. So, und dann ist Thorsten schon dran. So, wir stellen uns auf. Legen die Hände auf die Schultern und kreisen die Schultern nach Hintern oder nach vorne, je nachdem. Wechsel andere Richtung. Und wieder Wechsel, linke, rechte Schultern wechseln, nach Hintern oder nach vorne. Und andere Richtung. Und der Wechsel. So, weil ich gerade gehört habe, dass meine Schulter knackt, machen wir jetzt Brustwirbelsäulen-Mobilisierung. Wir legen uns auf die linke Seite das linke Bein angewinkelt, rüber auf die linke Seite die linke Hand. Dann fixiert das rechte Knie und dann ziehen wir mit dem rechten Arm daumen einen schönen Kreis über den Kopf. Das Ganze fünfmal. Drei. Vier. Fünf. Seitenwechsel. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So, dann teste ich doch gleich mal im Schulterkreis, ob die Schulter noch knackt. Nein! Super! Rauschen, weiter geht's. So, wir stützen die Hände in die Hüfte und federn zweimal nach rechts, zweimal nach links. Zweimal nach hinter, zweimal nach vorn. Und kreis noch mal nach links oder nach rechts. Wechsel in die andere Richtung. Und wechsel zum Rüdergang. So, die Arme neben dem Körper schön durchschwingen. So, jetzt vor dem Körper. Und schon. Jetzt wieder weiter mit Thorsten. Und wir schwingen weiter, Oberkörper nach vorn, linke Hand zum rechten Fuß und rechte Hand zum linken Fuß. Schön atmen. Richten den Oberkörper auf und rotieren weiter. Links, rechts und wechseln. Und wechseln. So, dann twisten wir noch mal eine Runde. Und wechseln. So, dann twisten wir noch mal eine Runde. So, wir laufen locker weiter, lassen die Arme angewinkelt und gehen mit dem linken Ellenbogen zum rechten Knie. Und wechseln, rechter Ellenbogen zum linken Knie. So, dann natürlich Kaffstellung, Führungshand, zehnmal gerade. Ich zähle, drei, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schlackern, drei, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Verbindung, drei, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Torsten, Hände an den Hinterkopf, Schulterbrett aufstellen, Ohrkörper zweimal links, zweimal rechts rotieren. Und wechseln. Aufwärtshaken, Kaffstellung, Führungshand, drei, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schlackern, drei, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Verbindung, drei, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Hände vor den Brust und die Feder zweimal nach, strecken die Arme und gehen dabei zweimal auf den Fußbein. Und wieder wechseln. Meine letzte Übung, natürlich die Seitwärtshaken. Los geht's mit der Führungshand, zehnmal. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht, neun, zehn. Schlackern, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht, neun, zehn. Verbindung, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sieben, acht, neun, zehn. Und zum letzten Mal Thorsten. Wir drippeln locker auf der Stelle. Dreh den linken Arm nach hinten. Und dann lege ich den Bein nach vorn und wechseln. Und Pause. So, dann ist Thorsten erstmal in der Pause und für mich geht's jetzt los mit vier Runden. Wir starten erstmal mit einem Klassiker. Eine Minute lang dribbeln und schlagen. Eine Minute lang slip rechts, slip links. Dann letzte Minute wieder dribbeln und schlagen. Ich trinke mal schnell einen Schluck und dann legen wir los. So, gucken wir nochmal, wer hier alles noch so dabei ist. Ah, Jörg ist gleich fünfmal dabei, nicht schlecht. So, dann fangen wir an. Auf geht's, dribbeln und schlagen. Ruhig ein bisschen Tampo machen, ein bisschen Gas geben. Wenn ihr das mit den Schlägen nicht so hinbekommt, die zu mixen, dann legt euch auf eine Schlagart fest. Das heißt, es bieten sich immer an, gerade oder aufwärtshaken. Damit kriegt ihr dann noch ordentliche Frequenzen. Jetzt noch 30 Sekunden. Fünfzehn. Und Kampfstellung, slip, Schlaghandseite, Führungshandseite. Schön, aus dem Oberkörper und den Beinen. Beide arbeiten gleich viel, voll zu bleiben. Schön oben zur Sicherheit. Wir können dann auch noch ein bisschen mit blocken. noch 30 Sekunden. 15, dann wird wieder gedribbelt. 15, dann wird wieder gedrückt. Kommt, schön durchhalten, kämpfen, beißen, kühlen, härter, schneller, mehr. Noch 30. 20. 10. Pause. So, in der nächsten Runde arbeiten wir mal noch ein bisschen mehr aus dem Oberkörper. Und zwar schlägt die Schlaghand runter zum Führungsbein. Zack. Ja, damit dürfen wir ruhig die Knie beuten, müssen wir nicht mit drücken mit Knie machen. Ja, hier runter, dann geht es wieder hoch. Switch. Andere Seite. Ja, und so geht das eine Minute lang durch. Dann Minute 2. Nehmen wir noch einen Aufwärtshacken mit, wenn wir dann hochkommen. Also runter, gerade, Aufwärtshacken hoch. Dann wieder Switch, runter, gerade, Aufwärtshacken hoch. Dann in der letzten und dritten Minute nehmen wir noch den Seitwärtshacken dazu. Also zum Fuß gerade hoch aufwärts und oben dann nochmal den Seitwärtshacken. Switch, gerade runter, hoch aufwärts, oben nochmal seitwärts. So, jetzt hätte ich gar keine Pause. So, los geht's. Ja, die erste Minute ist sehr anstrengend, weil wir sehr oft runter müssen. Noch 30 Sekunden, dann nehmen wir den Aufwärtshacken mit. Noch 10. So, kurz auslockern, dann den Aufwärtshacken mit. Gerade runter, aufwärts hoch. Switch. Ja, das brennt in den Beinen. Noch 20 Sekunden. Noch 10. Und den Seitwärtshacken mit dazu. Habe ich mal vergessen, ne? Noch 30. Oh, ist das hart. Aber ihr könnt das, was ich kann, könnt ihr schon lang. Noch 15. Jawohl, komm. Noch 15. Jawohl, komm. Jawohl, komm. Und dann eine Minute Wechselschritte schlagen. Eine Minute durchholen. Dann letzte Minute wieder Wechselschritte schlagen. So, meine vorletzte Runde. Schönen Impuls beruhigen. Durch tiefes Atmen. Funktioniert immer wieder. Wahnsinn. So, in 10 Sekunden legen wir dann los mit dem Wechselschritt. Und dabei wird variabel geschlagen. Fertig werden. Und auf geht's. Eine Minute lang. Weiter geht's. Noch 30. 15. Kampfstellung. Durchrollen. Schön darauf achten, dass wir das schön aufteilen auf Oberkörper und Beine. Anteil liegt gleich. So wie der Oberkörper sich nach vorne beugt, so gehen die Knie in die Beuge. Noch 30 Sekunden. Und dann wieder, falls ihr es vergessen haben solltet, Wechselschritte und schlagen. Noch 10. 2, 1, Wechselschritte. 2, 1, Wechselschritte. 2, 1, Wechselschritte. 30 Sekunden. Dann kommt schon die letzte Runde bei mir. 1, Wechselschritte. 1, Wechselschritte. 1, Wechselschritte. 1, Wechselschritte. Nach 30 Sekunden wird dann durchgewechselt. 1, Wechselschritte. 1, Wechselschritte. Schauen wir mal an. Sucht euch ein Bein aus. Und los geht's schon. Das kräftigt unsere Beinmuskulatur. Das kräftigt unsere Beinmuskulatur. Fördert unsere Koordination. So ein bisschen wie Seilspringen. auch ein Bein. So und dann haben wir die ersten 30 schon geschafft. Wir wechseln die Seite. Noch 15 Sekunden auf dem Bein. Und wieder wechseln. Ruhig ein bisschen ausschütteln zwischendrin. Und auf geht's. Wir haben schon eine Minute weg. Jetzt sitzt nur noch zwei. Versucht auf dem hüpfenden Bein nur mit dem Ballend zu arbeiten. Nicht den ganzen Fuß aufsetzen. Ja, ich weiß, das brennt in der Wade. Das ist aber so gewollt. Kurz ausschütteln. Wechseln. Damit haben wir die Hälfte schon geschafft. Die Hälfte der letzten Runde. Bei mir jedenfalls. Dann kommt Thorsten. Noch 10 Sekunden. Langsam wechseln. Kurz ausschütteln. Auf geht's. Zum letzten Mal auf diesem Bein. Noch 15. Oh, jetzt wird's aber hart. Oh, kurz ausschütteln. Und dann zum letzten Mal auch das andere Beinchen. Jetzt wird's mal auf. Ah. Ihr seid jetzt nicht so gut bei mir. Heißt das so. Diese Übungen sollten wir öfter machen, könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns nächste Woche. Macht es gut. Ihr Lieben, wir müssen etwas trinken und die Beine locker machen. Uli ist ja nicht da, deswegen machen wir jetzt so vier Runden 6-6. Also ganz einfach. Also war ja sehr intensiv jetzt. Wir werden jetzt ein bisschen Technik machen. Ein bisschen Konzentration. Auch ein bisschen mit meiner Beine in Verbindung und die Schläge. Also jetzt wird es ein bisschen mehr auf die Konzentration ankommen. Und korrekte Ausführung. Wir starten mit der Führungshand. Bei mir ist es die Rechte. Bei den meisten die Linke. Wir schlagen einen Jab und setzen dabei im Passgang das Bein drunter. Und im Rückwärtsgang das gleiche, dann im Diagonalgang. Das zeige ich euch dann. Okay, in die Box. Und Führungshand und runtersetzen. Raus, Schritt nach vorn. Wenn ihr den Arm zurücknehmt, ransetzen. Bam, 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 bam. Beim Rückwärtsgang schlagt ihr auch mit der Führungshand. Setzt aber das andere Bein nach hinten. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Vorwärtsgang wieder. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Ein, zwei. Du ist auf der Rückwärtsgang. Ihr merkt, in die Richtung, die ihr geht. Das Bein, was als erstes in diese Richtung setzt, das ist das wichtigste. Es hat keinen Sinn zu schlagen und ihr setzt das Bein hier. Dann kommt ihr keinen Schritt nach vorn und ihr verliert eure Balance. genauso ist es hier so im Rückwärtsgang. Deswegen ist es wichtig, das Führungsbein nach vorne setzen. Und auch wenn ich mit der Führungsbein schlage, setze ich das hintere Bein als erstes. Das probieren wir mal mit dem Aufwärtshaken. Im Rückwärtsgang auch. Wenn wir rechter Schlag, linker Schritt raussetzen und ranziehen. Noch mal Vorwärtsgang. Rückwärtsgang, Diagonalgang. Ihr schlagt dagegen, aber nehmt auch Raum. Und ihr seid da nicht in der Distanz und kommt ein bisschen raus aus der Gefahr. Habt aber trotzdem noch so eine Kontraaktion dabei. Eins. Angriff. Straight nach vorne. Und den Fuß hinterher setzen für die Balance. Rückwärtsgang. Jetzt geht es rein in den Seitwärtshaken. Rückwärtsgang, Seitwärtshaken, Diagonal. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. und im Rückwärtsgang Füße. Das Prinzip ist immer das gleiche. Steps setzen, den anderen Step hinterher für die Balance. Und im Rückwärtsgang, Diagonal. Und ein Päuschen zum Verschnaufeln. Das gleiche machen wir jetzt mit dem Punch. Bei mir ist es die linke Schlaghand. Das bedeutet, ihr startet im Diagonaljagg. Und im Rückwärtsgang, im Passgang. Gehen wir jetzt die drei Minuten in aller Ruhe durch. Tief durchatmen. Sammeln durch nochmal. Beine locker machen. Und wir fangen schon mal an. Boxstellung. Gerade. Schlaghand gerade. Diagonal Schritt nach vorne setzen. Abfangen. Bein zurücknehmen. Den hinteren Fuß heransetzen. Der Rückwärtsgang im Passgang. Also wir wollen ja schnell nach hinten. Auch gegenfeuern. Deswegen. Vorwärtsgang. Wieder im Diagonalgang. Eins. Zwei. Drei. Vier. Eins. Zwei. Rückwärtsgang Und den Vorwärtsgang. Diagonal. Aufwärtshaken. Eins. Zwei. Rückwärtsgang. Passgang. Und nochmal Vorwärtsgang. Diagonal. Schön die Balance halten. Und im Rückwärtsgang wieder. Passgang. Step und ran. Step und ran. Step und ran. Step und ran. Wir versuchen das mal aus. Und ein Freestyle. Spendieren. ab und ran. Wir versuchen das mal im Freestyle, mit dem Aufwärtshaken starten wir, seitwärtshaken gerade, eins, zwei, drei, und der Rückwärtsgang im Passgang, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, und noch mal vorwärtsgang, eins, und Rückwärtsgang, locker machen, wir gehen noch mal rein, in die geraden Schläge, Rückwärtsgang, aufwärtshaken, und Rückwärtsgang, und seitwärtshaken, und zurück, Ebenmasken, und noch eine Bahn, Freestyle, und Rückwärtsgang, Trinkpause, ein bisschen locker machen, nächste Runde machen wir weiter, Vorwärtsgang, Passgang, Rückwärtsgang, Passgang, diesmal mit beiden Fäusten, also keine Einzelschläge, sondern in meinem Fall rechts, links, Vorwärtsgang, und links, rechts, Rückwärtsgang, bei den Normalauslegern, links, rechts im Vorwärtsgang, und rechts, links im Rückwärtsgang, das bedeutet, wieder beide Schläge und Schritte gleichzeitig, links und rechts, ja, wir fangen an mit gerade Vorwärts-Rückwärtsgang, dann wechseln wir in jeder Bahn immer die Schlagart, ja, fertig werden, und Passgang vorwärts, gerade, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, Rückwärtsgang, bei mir startet die Linke, ja, das sind wir beiden, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, Vorwärtsgang, aufwärtshaken, Step, Step, Step,ada,ruf, fröhb Pan, und der rückwärtsgang und eine bad freestyle über die vierer kombi gerade aufwärts-seidwärts-gerade rückwärtsgang jetzt beginnt die schlaghang und wieder mit der geraden beginne pass rückwärtsgang aufwärtshaken und rückwärts schön locker bleiben und der seitwärtsgang und rückwärtsgang und wieder die vierer kombi gerade aufwärts-seidwärts-gerade ready und los geht's gerade aufwärts-seidwärts-gerade rückwärts-gerade und noch mal eine ball gerade los geht's jetzt schön die schritte jetzt müsste meiner mitarbeiter das timing stimmen Fuß und Faust im Gleichklang aufwärtshaken und rückwärtsgang aufwärts-seidwärts-gerade und noch mal ein Seidwärts-gerade und noch mal ein Seidwärts-gerade und Pause locker machen Luft holen, trinken ein paar Schritte gehen die Beine dabei auflockern so wir gehen jetzt den Diagonallgang vorwärts-rückwärts das bedeutet so wie in den ersten beiden Runden überkreuzt die Schritte setzen wir starten mit den Grabenschlägen rechter Schlag, linker Schritt linker Schlag, rechter Schritt im Passgang habt ihr im Grunde genommen die Füße seitlich nebeneinander stehen jetzt könnt ihr übertreten im Grunde genommen ist das wie ein Spaziergang wo man auch diagonal läuft wenn man halbwegs normal ist und Boxen ist genau das gleiche also wir starten diagonal rückwärtsgang auch im Diagonallgang eigentlich untypisch aber als Übung für die Koordination Konzentration aufwärtshaken diagonal eins zwei rückwärtsgang überkreuzt und übertritt seitwärtshaken rückwärtsgang bleibt mit dem Oberkörper vorn jetzt geht es in den Diagonallgang vierer Kombi gerade aufwärts seitwärts gerade gerade aufwärts seitwärts gerade und rückwärtsgang gerade aufwärts seitwärts gerade gerade aufwärts seitwärts gerade wir starten wieder mit dem geraden Diagonallgang ready und los geht's rückwärtsgang aufwärtshaken diagonal vorwärtsgang und der rückwärtsgang diagonal seitwärtshaken und wieder der Freestyler vierer Kombi im Diagonallgang gerade aufwärts seitwärtsgang rückwärtsgang und wieder gerade Schläge kommt wir müssen jetzt sitzen Kopf einziehen Oberkörper bleibt vorn Kinn auf die Brust rückwärtsgang immer wieder mit dem Schultergürtel den Kinn schützen auch beim Aufwärtshaken bleibt vorn mit dem Oberkörper rückwärtsgang 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 und rückwärtsgang super super sehr gut so das war's sehr sehr schönes Programm alles dabei ausgepowert bisschen durchbeißen ins schwitzen kommen dann mit dieser ermüdenden Muskulatur dann nochmal Konzentrationsaufbau und Technik wunderbar haben wir noch Zeit für Stretching oder 5 Minuten ok gut dann schnappt euch eine Matte noch reichte Übungen und dann ab in den Sollenschein Beine nach vorn strecken und zieht euch nach vorn tägliche Dehnübungen und lösen Oberkörper ablegen so greift euch ein linkes Knie zieht den Oberschenkel ran an den Oberkörper den Fuß ans Schienbein und wir wechseln die Beine zum anderen Bein und wieder lösen ablegen nochmal das andere Bein und und wir lösen dich und wieder lösen die Spacken Drehen jetzt auf die linke oder rechte Seite, greifen unseren Fuß und ziehen den Fuß zum Gesäß, den vorderen Oberschenkel ein bisschen aufziehen, schön weiter atmen dabei, lösen und wechseln die Seite zum anderen Fuß. Auch wieder ranziehen ans Gesäß, bleibt gerade im Oberkörper und lösen die Spannung. Gehen in den Vielfüßlerstand und drücken den Rücken hoch zur Decke, in den Katzenpuckel, das Kinn auf die Brust. Und wir lassen den Rücken durchhängen, legen den Kopf ins Genick und normaler Vierfüßlerstand. Wir stoßen das rechte Bein drei, vier Mal nach hinten und wechseln zum anderen Bein. Gehen mit dem Gesäß nach hinten auf die Hacken, drücken den Brustkorb runter zum Boden und strengen die Arme. Und höhen die Spannung, richten uns auf, ziemlich gerade im Oberkörper. Atmen tief ein, ziehen dabei die Schultern nach oben und atmen aus und lassen die Schultern dabei sacken. Ruhig ein bisschen ruckartig rausstoßen in die Luft und gleichzeitig dann runterfallen lassen die Schultern. reingeluft, strecken und raus die Luft, Schultern sacken lassen. Und noch einmal tief reingeluft und raus die Luft. So, letzte Übung. Wir legen den rechten Arm vor die Brust, ziehen den Arm gegen die Brust und drehen den Kopf dabei über die rechte Schulter und bleiben schön gerade im Oberkörper. Lösen die Spannung und wechseln zum anderen Arm. Ziehen die nochmal ran, bleiben schön gerade und drehen den Kopf dabei über die Schultern. Wir lösen langsam die Spannung und kommen zum Schluss. So, das war's. Vielen Dank fürs Mitmachen. So schnell geht eine Woche wieder rum. Ja, schönes Wochenende. Hat Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Training. Ciao, ciao.